ARD Text im Auftrag von Funk 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 da kannst du ein bisschen Speed zurückfahren, da hätte vorne mal ein kaputzes Tatsache können uns ja mal drum kümmern also 300 Schafter nochmal aber ist schon schnell oder? 260, weil ich glaube ich muss mal nach einem Video gucken weil das hier irgendwo hier ja da ist irgendwie ein Baum reingefahren oder so war Leichen, Loot, alles so, was haben wir denn hier ausstellen und abschließen und natürlich den Loot einsammeln, womit mache ich das mit? mit der Aktionstaste H oder K, je nachdem wie du sagst 19 Glas die wollten Glas wegbringen Handverarbeitung natürlich erstmal Inventar ja klar, die waren da gerade von der Handverarbeitung unterwegs durchsuche nichts illegales im Fahrzeug, Zulassung Besuche Fahrzeug Onas Feblan Feblan 2507 ja hör mal, das ist hier ein falscher Parkplatz und Beschädigung von Eigentum natürlich hier wieder Naturschutzgebiet zwei Bäume kaputt gemacht und natürlich hier Glas mitten auf der Straße verteilen also Müllsonderung da müssen wir natürlich das Fahrzeug beschlagnahmen anders sehe ich das hier nicht kannst du natürlich auch auf die Wanted-Liste setzen mit Überhittergeschwindigkeit ja das können wir ja leider nicht nachweisen wir wissen ja auch nicht wer gefahren ist vielleicht ist jemand anders gefahren deswegen beschlagnahmen wir das ist das Fahrzeug dann automatisch in der Garage Fabian kommt eingefahren 2507 gehört ok warte warte nein nein wie kann ich das im Paulding Vehikel weglaufen ok ok ein wunderschönen guten Tag Fabian ja das ist dein Fahrzeug Herr Fabian wir haben hier gerade das Fahrzeug untersucht kommen sie mal bitte mit zum Fahrzeug erstmal möchte ich fragen ist es ihr Fahrzeug ja es ist mein Fahrzeug ok Herr Fabian wir haben hier eben ganz viel Müll auf der Straße gefunden zusätzlich sind zwei zwei Bäume die als Naturschutz gekennzeichnet sind durch ihr Fahrzeug verletzt oder beziehungsweise sogar zerstört worden dann parken sie ihr Fahrzeug halb auf der Straße halb auf einem Naturschutzgebiet und das Fahrzeug ist zusätzlich noch defekt möchten sie sich dazu äußern wir können dir keine Strafe geben ob ich ihn spielen kann also Herr Fabian ich bitte sie war das wirklich nur ein Lag oder war das einfach erhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol am Steuer äh ne eigentlich nicht ich bin nämlich als Beruf Pilot und ich hab zwölf Stunden lange nichts mehr getrunken darf ich ja nicht und erhöht feige auch nicht und was sagen sie zum demolieren dieses Naturschutzgebietes diese zwei Bäume die haben die sind bestimmt schon 40 Jahre alt die kann man nicht einfach so nachpflanzen was machen wir denn jetzt mit ihnen Fabian keine Ahnung schlafen können wir nicht haben sie dann zwei Ersatzreifen dabei ja habe ich dabei dann Herr Fabian möchte ich sie hiermit nochmal verwarnen dass sowas wirklich nicht mehr vorkommt ich bitte sie auch sehr sehr vorsichtig demnächst zu fahren und auch die Geschwindigkeit einzuhalten ja wie schnell darf ich denn fahren wie schnell darf man hier fahren ja sag 180 oder 160 ich weiß nicht genau sag mal 180 das ist auf jeden Fall in Ordnung warte so schnell beziehungsweise so langsam dass sie die Situation einschätzen können und nicht unbedingt jeden zweiten Baum mitnehmen sie dürfen sich jetzt einmal mit V entfesseln und das Fahrzeug hier von diesem Naturschutzgebiet entfernen kannst du ihm noch sein Glas wiedergeben das wird ihn freuen nee nee das Glas behalten das können wir aber nichts damit machen wir können das nicht verkaufen also du sagst es despaunt aber wir haben ja hier was gesehen das ist eine falsche Aussage mach jetzt mal die Winterreifen drauf hat er gesagt Winterreifen ja mach die Winterreifen drauf musst du was dazu sagen oh äh Fabian es ist mitten im Sommer sie können doch keine Winterreifen benutzen das sind die Reservereifen was ich mit habe wie bitte was hat er gesagt das sind seine Reservereifen was er dabei hat okay dann Herr Fabian bitte ich Sie zur nächsten Tankstelle oder zur nächsten Verwerkstatt zu fahren und Sommerreifen zu kaufen und das ohne Umwege das werde ich machen ich will nur warten für noch einen Moment ich will nur für den Off-Roader jetzt wegfahren wir sichern die Straße Herr Fabian es gibt ja einen Rückstand rausfahren ganz vorsichtig das war wirklich sehr langsam mir desinkt das extrem mir überhaupt nicht super okay jetzt geht das so also Glas kannst du ihm geben wenn du willst wenn ich nicht ist egal also Herr Fabian wir haben eben auch noch hier zerbrochenes Glas mitten auf der Straße gefunden das haben wir natürlich schon beschlagnahmt das können wir Ihnen leider nicht wiedergeben das lag hier überall verstreut da sind sehr viele Autos drüber gefahren normalerweise müsste ich natürlich noch eine Anzeige oder ein Ticket vergeben wegen Verschmutzung der Umwelt aber wir lassen das mal hier so und Sie dürfen sich deswegen jetzt mit Ihrem Fahrzeug entfernen ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und ich bitte Sie wirklich vorsichtig weiterzufahren mach ich aber ich muss das sowieso auf also könnten Sie beides Fahrzeug beschlagnahmen können wir machen Luca hat mir eigentlich jemand hat mir jemand das Glas geklaut nö ich nicht hier sollte auch noch da sein kannst du den mal durchsuchen ob der Glas hat ja das siehst du nicht weil es legal ist also okay dann hat er mir das wahrscheinlich wieder abgezogen da kannst du nicht rausnehmen das geht nicht geht nicht geht nicht okay ich habe auf jeden Fall eben ich werde Ihr Fahrzeug beschlagnahmen Herr Fabian ich wünsche Ihnen dann noch einen angenehmen das Quad also ich werde ich werde das Quad ich werde das Quad beschlagnahmen ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag auf Wiedersehen danke jeden Fall Auf Wiedersehen Fabian Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen aber ich habe auf jeden Fall habe ich gesehen wie ich wie ich das ist ein Z-Inventar musst du das haben ein Z-Inventar ja 19 mal Glas ja genau ich habe es für sich für sich wie kann ich denn das eigentlich ins Auto legen oder so das kannst du nicht das kannst du nicht irgendwo reinlegen aber das ist ja kein Gegenstand ist wo es so ein Armour gibt war nicht nur so ein Fake Gegenstand ich muss jetzt aber auch morgen wieder arbeiten jo Leute ich hoffe diese alte Folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch bitte einen Kommentar oder einen Daumen nach oben hier oben habt ihr noch eine der letzten der sie folgenden unten die letzte alte Live-Folge haut rein bis zum nächsten Mal 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 Das war's für heute.